Jo Leute, was geht ab? Wir machen heute von verborgenem Schicksal eine Trainerbox auf und ja, dann machen wir noch Shiny Faust da ein Booster auf. Wir fangen an mit der Trainerbox. Vielleicht haben wir ja den blauen Chlorac, weil der fehlt mir noch, der blaue Chlorac. So. Irgendwie will das jetzt nicht ganz aufgehen. Jetzt geht's. Hier ist es, hä? Hier sind die Booster. Hier sind wieder solche Chips. Dann sind hier wieder solche Tütchen. Hier ist die Kölchenkarte, die hier aussieht wie eine Kölche, wie ein Kölchenfenster. Zapdos, Laudas und Arctos. Dann haben wir hier noch Energie. Solche Papptegel und hier die Würfel. So, das und wir machen jetzt fünf Booster davon auf. Ich nehme jetzt einfach mal ein Chlorax mache ich nicht auf, weil es kommt, weil ich glaube ich noch, vielleicht kommt vielleicht nochmal ein Dings, wo ich nur Chlorax wieder aufmache. Ein, zwei, drei, vier, fünf. So, das sind wir fünf. Wir fangen an mit Zapdos, Laudas und Arctos. Gabador, Flegmon, Voltobal, Pikachu, eine Sternkarte. Oder vom Chlorax mache ich doch eins auf. Ein Chlorax. Sterndu, Rethan, Raupi, Paras, Clomanda, Arbock und Mewtwo GX. Das ist die Karte Nummer 31 von 68. Sieht sehr cool aus. Haben ja schon öfters gezogen. Jetzt machen wir nochmal mit Zapdos, Laudas und Arctos auch. Eoli, Pikachu, Pipi, Pummelow, Raupi, eine kleine Shiny. Felino. Felino, unten eine Trainerkarte, Jessie und James. Nice. Die sieht auch geil aus. Karte Nummer 9 von 94. Ah, die Trainerkarte noch, Jessie und James. Das ist Team Rocket mit Mowzy hier hinten. Die Karte Nummer 68 von 68. Jetzt schon, also Mewtwo mit Mew. Das ist Mew. Ich verwechsel die immer. Flegmon, Antony, Pipi, Capodon, Rethan. Noch eine Shiny als Ultra Bestie. Eine hier unten Ultra Bestie. Das ist Karten Nummer 14 von 94. Geil. Und noch Zapdos in Holo. Jetzt haben wir noch ein Booster mit Mewtwo. Raupi, Eboli, Rethan, Plummelow, Anton. Eine Energie im Glitzern so und Relaxo in Sternkarte. Sternkarte. So, jetzt machen wir hier noch, ähm, äh, wo ist ein Shiny Faust da? Ach hier. Es liegt hier ganz neben den ganzen anderen Karten. Vielleicht haben wir ja ein Goddess-Pack. Eine Holo. Noch eine Holo. Reflex in V-Karte. Und, ja, das war's. Das ist die Nummer 49 von 190. Und hier noch die Holos. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Los.